Und bitte! Geil, super! Warte, Jana, komm nochmal raus, bitte! Ja, ich bin komisch gebraucht, oder? Nein, nein, das war super, aber ich möchte es gerne nochmal machen. Rudi, nochmal hinten reinputzen, bitte! Das ist gut, fang mal schön! Warte, stopp! Jana, komm bitte nochmal rein! Das war genau! Stopp! Okay, das geht Ihnen total noch nicht mehr. Kamera läuft! Okay, Rudi! Äh, Manuel! Ruhig ein bisschen länger! Ja, und Manuel, kannst du ein bisschen, wenn du raus schaust, also, du guckst raus, kriegst du das mit den Augen so hin, dass du die Augen so links, rechts, und dann erst wieder zurückgehst? Ja, einfach! Ja, ich schaue noch. Ja, ich schaue noch hier! Also, wo der Stecker ist, er ist da! Ja, aber was auch! Na, du kannst doch bei der Ecke noch mal schauen, freilig! Das hab ich dir früher auch getan! Ja, ja, der Ecke noch mal schauen. Und jetzt gib der Hund, schaue! Ah, falsche Hand, ne? Ja. Und bitte! Na, Kamera geschaut, zweimal bitte wieder eine. Nicht in die Kamera, genau. Wir sind gar nicht da. Kannst du ein bisschen herzeigen mit der rechten Hand? Mit der Hand? Ja, genau. Ich würde nicht lachen. Und weißt du, was ich würde, wenn ich das sagen darf, draußen stehen bleiben? Ja, bevor du reinkommst. Du musst so rein, schaut doch mal. Man muss die Füße ein bisschen... Ja, genau, genau so. Ja, genau. Erst schauen, nicht drauf. Du noch mal nebeln. Aber mehr Nebel. Drei Sekunden stehen bleiben. Hebe sie hinten auf ein bisschen, dass sie nicht zu in die Luft rufen tut. Ja, hebe sie auf, dass sie mehr in den Boden runter geht. Achso. Ja. Ja. So, Achtung, super. Okay, und Kamera läuft. So. indo, peizei und werfen. expl mình clear. Ja, du esses kapal, auf. Ja, du associationssländer, operieren wir unseren Besuch. Assiert das Tag herren Julie. Kolloắc! Wow was kein 6 oder so, als약ster angeles限! milieu Geschenke, Te rechts in 206,